Noch mal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Sangha. Heute ist Samstag, der 13. Juni. Wir sind hier in Johanneskirchen zusammengekommen, um einen Tag der Achtsamkeit, des gemeinsamen Praktizierens zu verbringen. Wir haben uns Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres in unseren Vorträgen am Meditationsabend in München mit dem Buch von Thich Nhat Hanh Ärger, mit dem Untertitel Befreiung aus dem Teufelskreis destruktiver Emotionen beschäftigt. Und in dem uns Teil so viele Anregungen, ich persönlich nenne es immer gerne Werkzeuge, aufzeigt, wie wir friedvoll und glücklich mit unserer Familie leben können. Und angeregt durch die sehr lebhafte und konstruktive, daran anschließende Gesprächsrunde, kam mir der Gedanke, dass diesmal ein wichtiges Thema für ein bisschen längeren Vortrag sein könnte. Und deshalb wollte ich auf dieses Thema Frieden, Glück und Harmonie in der Familie ein bisschen näher eingehen. Für Thay ist es ein sehr wichtiger Aspekt, denn nicht nur in vielen seiner Bücher, ebenso auf seinen Retreats, macht er uns aufmerksam, wie wichtig es ist, den Frieden in unseren Familien herzustellen, zu pflegen. Es ist ja die kleinste Zelle, und wenn es dort nicht hinhaut, wie sollte es dann unter Völkern sein. Sein kleines Büchlein, Mutter, das erste Wort für Liebe, ist nicht nur eine Liebeserklärung an seine eigene Mutter, sondern an alle Mütter. Und ich weiß, und das schreibt auch Thay, dass es für viele Menschen unmöglich ist, an ihre Eltern nur zu denken, ohne dass Gefühle des Hasses, der Wut und des Ärgers in ihnen hochkommen. Wir bekommen von unseren Eltern eine positive, eine heilsame, sowohl auch eine negative, unheilsame Prägung. Und diese negative Prägung kann die Lebensenergie sehr blockieren. Und solche bitteren Kindheitserfahrungen führen oft dazu, dass ein lebenslanger Hass auf die Eltern entsteht, manchmal über den Tod hinaus. Aber Thay rät uns, diese Gefühle zu transformieren, denn sie machen uns sonst ein ganzes Leben lang unglücklich. Ich habe dazu einen, wie ich meine, wunderschönen Text von Luise Hay gefunden. Manche von euch kennen vielleicht ihre Bücher. Den Text würde ich gerne mit euch teilen, weil er mal aus einer anderen Sicht das beinhaltet, was auch Thay uns immer wieder lehrt. Eltern sind wunderbare Menschen. Auch sie waren einmal Kinder. Es ist jetzt an der Zeit, für mich auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Für mich selbst zu sorgen und selbstständig zu denken. Mir selbst das zu geben, was meine Eltern mir nicht geben konnten. Je mehr ich über ihre Kindheit herausfinde, desto besser verstehe ich ihre Grenzen und Schwächen. Niemand brachte ihnen bei, wie man Kinder richtig erzieht. Sie lebten innerhalb starrer Grenzen, die sie von ihren eigenen Eltern übernahmen. Und Probleme mit den Eltern sind für uns etwas Alltägliches. Am besten ist es, wenn wir unsere Eltern so lieben, wie sie sind und daran glauben, dass sie uns ebenso lieben. Und ich benutze meine Eltern nicht als Entschuldigung für das Negative in meinem Leben. Ich segne meine Eltern voller Liebe und lasse es ihren eigenen Weg zum Glück suchen. Keiner soll sich aber nun unwohl fühlen, weil er sich vielleicht fragt, warum schaffe ich das nicht, so eine Sichtweise. Es gibt natürlich viele und tiefe Verletzungen und es braucht vielleicht ganz viel Zeit, um diese zu heilen. Aber Heilung, Versöhnung und Vergebung findet in unserem Herzen statt. Und wir können uns mit unseren Eltern versöhnen, auch wenn sie nicht mehr am Leben sind. In schwierigen Situationen neigen wir dazu zu erwarten, dass sich die andere Seite ändert. Aber unserer Praxis zufolge sollen wir mit uns selbst beginnen. Und das Wissen, das auch auf der anderen Seite Leiden ist, kann uns helfen, Mitgefühl zu entwickeln. Alles, was wir für uns tun, tun wir auch zugleich für den oder die anderen. Das betrifft zum Beispiel auch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter. Wenn einer von beiden praktiziert und sich verändert, wird sich auch die andere Seite verändern. Wir selbst werden angenehmer, liebevoller, toleranter und der oder die anderen werden das ganz, ganz bald merken. Ich will euch ein bisschen von mir erzählen. Verständnis, Mitgefühl, Versöhnung, auch ein persönliches Thema von mir. Und wenn ich an meine eigene Kindheit denke, fand ich vieles nicht in Ordnung. Vor allem hatte ich gerade im Teenageralter große Schwierigkeiten mit meiner Mutter. Ich konnte und wollte nicht einsehen, dass sie so streng zu mir war. Und ich vieles, was meine Klassenkameradinnen längst durften, ich einfach nicht durfte. Und erst viel, viel später, als ich schon lange nicht mehr zu Hause wohnte, konnte ich verstehen, dass es für meine Mutter undenkbar war, dass ein 17-jähriges Mädchen allein zum Vergnügen irgendwo hingeht. Sie ist in Ungarn geboren und aufgewachsen. Und dort war es einfach unmöglich, dass ein so junges Mädchen ohne Begleitung irgendwo hingeht, außer natürlich in die Schule oder mal Oma und Opa oder Onkel und Tante zu besuchen. Kaum mit Schule und Ausbildung fertig, verließ ich mein Elternhaus. Ich ging gleich in eine andere Stadt, von Heidelberg nach Stuttgart, denn ich war sehr freiheitslieb. Und als ich von zu Hause wegging, dachte ich, alles hinter mir gelassen zu haben. Merkte aber doch gelegentlich, dass einige Konflikte unversöhnt geblieben waren und die Beziehung zu meiner Mutter mir eigentlich mehr zu schaffen machte, als mir lieb war. Und der Beginn zur Versöhnung dauerte lange. Und der Weg war manchmal auch sehr schmerzvoll. Aber heute kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Wir blicken oft in unsere Kindheit zurück und finden allerlei, dass wir uns hätte getan oder uns hätte gegeben werden sollen, um uns glücklicher zu machen. Und die Diskrepanz zwischen der erlebten Realität und unserem Wunschtraum, die zieht unsere Aufmerksamkeit magisch an. Wir übersehen dabei die vielen Situationen, in denen wir bestens versorgt wurden. Ich selbst lebte viele Jahre mit dieser Ansicht und das ist aber nicht besonders glücklich. Und vor vielen Jahren, als ich durch Karl und Ilona, Tick Nathan und Sister Chang Kong kennengelernt habe, und sowohl Sister Chang Kong als auch Tai uns oft und oft in ihren Vorträgen gesagt haben, wie wichtig es ist, sich mit unseren Eltern zu versöhnen. Ich habe die Meditation über tiefes Schauen und Teilen kennengelernt, die ja Robert heute euch vorgestellt hat, wo man sich die Eltern als fünfjähriges, verletzliches Kind vorstellt, das eben auch in diesem Alter sehr zart und verletzlich ist. So eine Idee war ich noch nie gekommen, aber ich begann mich zu verändern. Aber am allermeisten haben mich die fünf Erdberührungen damals vorgestellt von Sister Chang Kong berührt. Als ich sie das erste Mal hörte, hat es mein Herz so berührt, Es öffnete sich eine Schleuse in mir und da habe ich gespürt, das ist mein Weg, der Einsicht des Vergebens und des Versöhnens. Es war ein langes, monatelanges Üben, möchte ich sagen. Ich habe mich auf mein Kissen gesetzt und habe mir jede einzelne Erdberührung laut vorgelesen und dann die Erde berührt und habe all meinen Kummer, meinen Schmerz, meine Verletzung der Erde übergeben, die alles verwandeln kann. Grüne Wiesen, blühende Blumen. Und so konnte ich so ganz langsam alles akzeptieren. Und ganz besonders lange berührte ich die Erde bei der ersten und vierten Erdberührung. Ich möchte sie auch heute gern euch mal wieder in Erinnerung rufen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr visuell oder einfach mit der Hand die Erde berühren. Die erste Erdberührung Dankbar verneige ich mich vor allen Generationen meiner Vorfahren. Ich denke an meinen Vater und an meine Mutter, deren Blut und Vitalität in mir fließen und jede meiner Zellen nähren. Durch sie sehe ich meine vier Großeltern, ihre Erwartungen, Erfahrungen und ihre Weisheit haben sie von so vielen Generationen geerbt. Ich trage das Leben, das Blut, die Erfahrungen, die Weisheit, die Freuden und die Sorgen aller Generationen in mir. Das Leiden und alle Elemente, die verwandelt werden müssen, will ich transformieren. Ich öffne mein Herz und meinen Körper, um die Kraft von Erfahrung, Liebe und Einsicht, die mir von allen meinen Vorfahren übertragen wurde, in mich aufzunehmen. Ich sehe meine Wurzeln in meiner Mutter, meinem Vater, meiner Großmutter, meinem Großvater und allen meinen Vorfahren. Ich weiß, dass ich nur die Weiterführung dieser Ahnenreihe bin. Bitte übertragt mir eure Kraft, stärkt und bewahrt sie. Ich weiß, dass überall, wo Kinder und Enkelkinder sind, auch Vorfahren sind. Ich weiß, dass Eltern ihre Kinder und Enkelkinder lieben und unterstützen, selbst wenn sie aufgrund eigener Erfahrung nicht immer den besten Ausdruck für ihre Liebe finden. Ich erkenne, dass meine Vorfahren versucht haben, ein Leben zu führen, das auf Dankbarkeit, Freude, Vertrauen, Achtung und liebevolle Anteilnahme beruhte. Als Nachkomme dieser Vorfahren verneige ich mich tief und erlaube ihrer Energie, mich zu durchfluten. Ich bitte meine Vorfahren um Unterstützung, Schutz und Kraft. Ich berühre die Erde. Die vierte Erdberührung. In Dankbarkeit und Mitgefühl verneige ich mich tief und übertrage meine Kraft auf jene, die ich liebe. All die Kraft, die ich erhalten habe, möchte ich jetzt meiner Mutter, meinem Vater, allen, die ich liebe und allen, die meinetwegen litten und sich sorgten, weitergeben. Ich weiß, dass ich in meinem Alltagsleben nicht achtsam genug gewesen bin. Ich weiß auch, dass die, die mich lieben, mit ihren eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Sie haben darunter gelitten, dass sie nicht das Glück hatten, in einem Umfeld zu leben, das sie zu ihrer vollen Entwicklung ermutigte. Ich lasse meine Energie meiner Mutter zufließen und meinem Vater, meinen Geschwistern, meinen Freunden, meinen Ehepartner, meinen Kindern, damit ihr Kummer Linderung findet und sie lächeln können und die Freude des Lebens spüren. Ich möchte, dass sie alle glücklich und gesund sind. Ich empfinde gegenüber keinem von ihnen mehr irgendwelchen Ärger. Ich bitte darum, dass alle Vorfahren meiner Blutsfamilie und meiner spirituellen Familie ihre Energien auf jeden von ihnen richten, um sie alle zu schützen. Ich weiß, dass ich nicht getrennt bin von ihnen. Ich bin eins mit allen, die ich liebe. Ich berühre die Erde. Alle fünf Erdberührungen sind nachzulesen in dem Buch von Thich Nhat Hanh. Und ich blühe wie die Blume. Und natürlich, wenn man selbst die Übung macht, kann man die Erde so lange berühren, wie man es möchte. Aber diese Übung mit den fünf Erdberührungen hat mein Leben glücklicher, verständnisvoller und freudvoller gemacht. Und es geht nicht darum, Verletzungen, Kränkungen, nicht erfüllte Wünsche aus unserer Kindheit zu unterdrücken, sondern sie dank unserer Buddha-Natur, die in jedem von uns vorhanden ist, durch tiefes Verständnis und Einsicht zu transformieren. Aus dieser Veränderung ist bei mir auch eine große Dankbarkeit entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als ich letztes Jahr einen Vortrag über Dankbarkeit gehalten habe. Und in diesem Vortrag ist auch ganz viel Dankbarkeit an meine Eltern. Ich darf noch mal ein kurzes Stück daraus zitieren. Ich bin dankbar, dass ich Eltern hatte, die mir dieses wundervolle und erstaunliche Leben schenkten. Eine Mutter, die sich um mich kümmerte, als ich klein und hilflos war. Eltern, die mir ein behagliches Zuhause schufen, in dem ich behütet aufwachsen konnte. Eltern, die in den kargen Nachkriegsjahren für sich auf vieles verzichteten, um unter anderem mein Schulgeld für die höhere Schule zu bezahlen, die mir Werte auf den Weg gegeben haben, wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Einfachheit, Großzügigkeit, Zufriedenheit, Lebensbereitschaft und noch vieles, vieles mehr. Und überaus dankbar bin ich, dass ich meiner jetzt bald 95-jährigen Mutter in Heidelberg immer wieder auch meinen Dank und meine Liebe zeigen kann für all das, das ich selbst viele Jahre so nicht sehen könnte. Ich möchte hier noch einmal gerne unseren großen Lehrer Thich Nhat Hanh zitieren, was er zu den Erdberührungen in seinem schon erwähnten Büchlein Mutter das erste Wort für Liebe schreibt. In der buddhistischen Tradition, der ich angehöre, üben wir täglich eine Praxis, die wir Berühren der Erde nennen. Sie hilft uns in vielerlei Weise und könnte auch Ihnen von Nutzen sein. Wenn Sie ruhelos sind oder es Ihnen an Selbstvertrauen fehlt, wenn Sie zornig oder unglücklich sind, können Sie niederknien und den Boden mit der Hand tief berühren. Und berühren Sie die Erde, als wäre sie Ihr bester Freund. Die Erde gibt es schon seit langen, langen Zeiten, aber sie ist unser aller Mutter und weiß alles. Als Buddha vor seinem Erwachen mit Zweifeln und Ängsten zu kämpfen hatte, bat er die Erde, seine Zeugin zu sein, indem er sie mit der Hand berührte. Und die Erde erschien ihm voller Schönheit. In ihren Armen trug sie Blumen und Früchte, Bäume und Vögel, Schmetterlinge und viele andere Tiere, die sie Buddha darbot. Und die Zweifel und Ängste des Buddha schwanden augenblicklich. Wann immer Sie unglücklich sind, wenden Sie sich an die Erde und bitten Sie sie um Hilfe. Berühren Sie sie so tief, so wie ist der Buddha-Tat, und plötzlich können Sie die Erde sehen, genau wie sie Buddha gesehen hat. Soweit der Text von Thay. Thay weiß natürlich auch, dass es in vielen, vielen Familien große Kommunikationsschwierigkeiten gibt, wo Menschen nicht mehr miteinander sprechen können oder wollen. Und er gibt uns ein weiteres Werkzeug in die Hand. Er rät uns, einen Brief zu schreiben. Einen Liebesbrief, wie er es nennt. Und wir können und sollen uns vor allen Dingen lange Zeit für diesen Brief nehmen, denn er soll keine Vorwürfe oder Beschuldigungen enthalten, sondern nur Verständnis, Mitgefühl und Liebe für die andere Seite. Wir sollen uns hinsetzen und in unserem Herzen Mitgefühl für die andere Person entwickeln. Wir können den Brief immer und immer wieder lesen, ihn eventuell auch nochmal verändern. In Zeiten des Computers ist es ja nun gar nicht so schwierig mehr. Und vielleicht lassen wir den Brief auch von unserer besten Freundin, unserem besten Freund, noch einmal lesen, bevor wir ihn abschicken. Ich habe in einem Dharma-Gespräch anschließend an einen Vortrag über dieses Thema von einem Sangha-Mitglied gehört, dass ein solcher Brief, der so geschrieben wurde, wahre Wunder bewirkt hat. Sollte ein Brief nicht genügen, rät uns Tai einen zweiten, einen dritten, eventuell einen vierten zu schreiben. Denn ich denke, dass wir solch einen Brief nur an Menschen schreiben, die uns sehr viel in unserem Leben bedeuten. Eltern, Geschwister oder Kinder. Manchmal trauen wir uns vielleicht doch nicht, so einen Brief wirklich wegzuschicken. Aber schon, wenn wir ihn schreiben, in dieser Haltung der Liebe und des Mitgefühls, wird sich bei uns etwas verändern. Versöhnung findet in unserem Herzen statt. Aber zuallererst sollen wir uns natürlich mal mit uns selbst versöhnen, uns annehmen und Frieden mit uns schließen, mit unseren eigenen Stärken, Schwächen, Erwartungen und Ansprüchen. Und erst dann können wir uns wirklich versöhnen mit unseren Eltern und Geschwistern, unserem Partner, unserer Partnerin, unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, wer es auch immer sei. In dem Buch von Tai, sei liebevoll umarmt, gibt es ein wunderschönes Gatter. Ich habe es schon oft ausgedruckt und in unserer Münchner Sangha verteilt und sage immer dazu, dass jeder von uns dies jeden Tag rezitieren und vor allen Dingen verinnerlichen sollte. Wer es noch nicht haben sollte, ich habe auch heute einige Exemplare mitgebracht. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da, im Hier und Jetzt. Sogar das Königreich Gottes. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Ein weiteres, wunderbares Werkzeug, das uns Thai an die Hand gibt, um uns mit unseren Lieben zu versöhnen, ist die Umarmungsmeditation. Einen Menschen in Achtsamkeit und Konzentration zu umarmen, kann zu Heilung, Verstehen und Freude führen. Und die Freude entsteht daraus, dass wir Körper und Geist im gegenwärtigen Moment zusammenbringen, vereinen und erfahren, dass sowohl wir als auch die andere Person lebendig sind. Oft tragen uns unsere Sorgen und Gedanken fort und wir sind nicht wirklich anwesend. Die Übung des achtsamen Umarmens hat vielen geholfen, sich miteinander zu versöhnen. Und wenn wir uns umarmen, verbinden sich unsere Herzen und wir wissen, dass wir in Wahrheit nicht getrennt sind voneinander. Wir können Umarmungsmeditation mit einem Freund, einer Freundin, unserer Tochter, unserem Sohn, unserem Vater, unserer Mutter, unserer Partnerin, unserem Partner, einem Verwandten oder sogar mit einem Baum üben. Zuerst verbeugen wir uns voreinander, um die Gegenwart des Anderen anzuerkennen. Dann erfreuen wir uns drei bewusster, tiefer Atemzüge, um ganz gegenwärtig zu werden. Wir umarmen uns und halten uns für drei Atemzüge. Beim ersten Atemzug werden wir uns bewusst, dass wir ganz lebendig sind. Während des zweiten Atemzugs richten wir unser Gewahrsein auf die Lebendigkeit des Menschen, den wir in unseren Armen halten. Beim dritten Atemzug werden wir uns der Freude über unser Zusammensein bewusst und empfinden tiefe Dankbarkeit. Dann öffnen wir die Umarmung und verbeugen uns wieder voreinander. Das ist nachher eine wunderbare Gelegenheit, das mal zu üben. Ich habe auch dazu eine wunderbare Geschichte gefunden. Ich weiß leider nicht, wer sie geschrieben hat, aber ich danke demjenigen, der uns teilhaben lässt an dieser Erfahrung. Sie ist die Geschichte einer Umarmung zwischen Sohn und Vater. Die Haut meines Vaters war sehr gelblich, als er so angeschlossen an intravenöse Schläuche und Monitore auf der Intensivstation des Krankenhauses lag. Normalerweise ein stattlicher Mann. Hatte er doch in kurzer Zeit über 30 Pfund an Gewicht verloren. Die Krankheit meines Vaters war als Pankreaskrebs diagnostiziert worden, eine der bösartigsten Krebserkrankungen. Die Ärzte taten ja Mögliches, aber sie teilten uns mit, dass er nur noch drei bis sechs Monate zu leben hätte. Ein paar Tage später, als er wieder im Bett aufsitzen konnte und ich wieder zu ihm kam, sagte ich, Vater, was dir dazu gestoßen ist, berührt mich sehr und ich habe dadurch gemerkt, wie ich immer Distanz gehalten habe und wie sehr ich dich in Wirklichkeit liebe. Ich beugte mich über ihn, um ihn zu umarmen, aber seine Schultern und Arme wurden steif. Komm schon, Dad, ich möchte dich wirklich umarmen. Einen Augenblick lang sah er schockiert drein. Liebesbezeugungen gehörten nicht zur gewohnten Form unseres Umgangs. Ich bat ihn, sich noch ein bisschen mehr aufzurichten, damit ich die Arme um ihn legen konnte. Dann versuchte ich es aufs Neue, aber diesmal war er noch verspannter. Ich spürte wieder die alten Ressentiments in mir aufsteigen und ich zu denken begann, na schön, ich habe es nicht nötig, wenn du sterben und mich wie immer in der Kälte zurücklassen willst, nur zu. Seit Jahren hatte ich auf all diese Zeichen des inneren Widerstandes und der Starrheit meines Vaters so reagiert, dass ich ihm jegliche Schuld in die Schuhe schob, ihm seine Haltung verübelte und zu mir selbst sagte, da siehst du es wieder, es ist ihm alles egal. Aber diesmal überlegte ich und es wurde mir klar, dass mir die Umarmung sehr zugutekommen würde, wie auch ihm. Ich wollte damit einfach ausdrücken, wie viel mir an ihm lag, gleichgültig, wie schwer es ihm auch fiel, mir den Zugang zu ihm zu gewähren. Mein Vater war immer sehr deutsch und pflichtorientiert. Schon in seiner Kindheit mussten ihm seine Eltern beigebracht haben, wie man seine Gefühle verschließt, um als Mann dazustehen. Nachdem ich diese alte Gewohnheit ihn allein für diese Distanz zwischen uns ad acta gelegt hatte, empfand ich tatsächlich den Wunsch, ihm mehr Liebe zu zeigen. Komm schon, Dad, sagte ich, leg deine Arme um mich. Ich beugte mich am Bettrand so weit zu ihm hinab, dass er die Arme um mich legen konnte. Nun drück mich an dich. Ja, noch einmal, so ist es gut. In gewisser Weise lehrte ich meinen Vater das Umarmen. und als er mich an sich drückte, geschah etwas. Für ein paar Sekunden erfasste uns beide eine Welle von Zuneigung. Seit Jahren hatte unsere gegenseitige Begrüßung in einem formellen Händedruck bestanden, der nichts mehr sagte als Hallo, wie geht's? Aber nun warteten er als auch ich, dass der Moment von Nähe wiederkäme. Doch genau in dem Augenblick, als er sich des Gefühls der Liebe bewusst wurde, bewog ihn etwas in seinem Inneren, seinen Körper erneut erstarren zu lassen. Unsere Umarmung bekam etwas Unbeholfenes und Fremdartiges. Es dauerte Monate, bis diese Starrheit wich und er in der Lage war, mir seine innersten Gefühle in einer Umarmung mitzuteilen. Bevor mein Vater mich aus eigenem Antrieb umarmte, lag die Initiative lange Zeit bei mir. Ich konnte es ihm nicht verdenken, ihn nur unterstützen. schließlich musste er die Gewohnheiten eines ganzen Lebens ändern und das braucht seine Zeit. Aber ich wusste, dass wir uns beide innerlich weiterentwickelten, weil wir uns immer näher kamen. Und es war ungefähr die zweihundertste Umarmung, als ich zum ersten Mal, seit ich zurückdenken konnte, hörte, dass er die Worte aussprach, ich habe dich lieb. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit ein paar Momenten des Dankens dafür, dass wir die kostbare Gelegenheit hier haben, über diese Dinge zu reden, zu denken, zu spüren, zu diskutieren. Mögen sie zum Wohle aller Wesen dienen, eingeschlossen uns selbst, sodass alle Menschen frei sein mögen von Leid und den Ursachen von Leiden. Leiden O Wohle Wohle Untertitelung des ZDF, 2020